Servus die Mahlund, grüß euch die Burm. Hinter mir seht ihr wieder mal die Donau, ihr seht wieder mal einen vollen Rucksack und es gibt einen Oberneiter. Diesmal nicht alleine, ich gehe wieder auf mein Plätzchen und dort ist schon der Walter mit irgendeinem Freund von ihm noch und der Mike und ich hoffe es wird ein gemütlicher Tag und Abend werden und Nacht. So, und das gehen wir mal wieder zu den anderen hin. Jo, mein Plätzchen kommt näher. Und da ist die Bagage schon. Ja, schönes Platz für alle, wird sicher gemütlich. Ja, und mein Lager ist ein bisschen obseits von dem Ganzen. Da drüben gut versteckt. Ja. Malte. Malte. Nein. Stefan, wie hat es geschmeckt? Jetzt könnt ihr? Es gibt einen neuen Kabel. Oder? Ja. Ja. Moin, wenn ihr den Barsch ins will, sind die Engel hervor وقت. Mul, ich steck in die Gäste. Woll, der Sie einen da hat. Ich gucke dir. 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 Ja Freunde, in dem Sinn, es gibt wieder ein Kaffetscherl. Mein bekannter Gruß an alle meine Krankensessel und natürlich auch an die Gesunden. Und Prost! Dahinten prostet noch einer. Die Krankensessel und Tische, Stühle und Kästen, so wie wir. So, mein Lager steht alles. Gehen wir wieder zu der ganzen anderen Partie. So, der Brennnessel, die ist schon in der Donau und jetzt kommt ein Käfchen. So gehört sie sich. Los! Los! Am Boden. 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 Ah ok! grows 학ort. Ja, Freunde, es ist jetzt kurz nach Mitternacht und haben mich jetzt auch in die Falle begeben. Ich werde jetzt die Kamera abschalten und werde mich gemütlich die Orgel einschließen. Wir sehen uns morgen in der Früh. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen in der Früh. Was ist das? Was hast du gedacht? Du hast nichts mehr gedacht. Du hast nichts mehr gedacht. Du willst uns von der Trümmer kommen? Ja, das ist nicht. Du hast schon keine Schläte. Ich werde das nicht mehr nachschminken. Das war's für heute. Wiedel, Wiedel, Wiedel. Barsen auf mein Kaffee auf. Wiedel, 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 Wiedel das Frühstück. Geh aus die Eierschirme. Ich würde sagen, das bringt die Tinte auf den Füller. Die Tinte auf den Füller? Ja. Das habe ich auch noch nicht gehört. Die Tinte auf den Füller. So, jetzt geht es einmal zum Waschen. Frisch ist es. Die anderen bleiben noch hier bis Mittag. Wir haben jetzt 8 Uhr und ich zisch nach Hause zur Familie. Ich pack jetzt noch schön langsam zusammen und dann geht es wieder eine gemütliche Retour zum Auto. Und dann werden wir auf die Brust einen Stingung machen. Einer muss ja der Erste sein. Ich muss wach heute. Hat mir auch gefällt. Man sieht sich. Hört sich. Hört sich. Wahrscheinlich, ja. War wieder Supi. Ja, tschüssi. Baba. Servus, Baba. Servus, Baba. Servus. Und Walterlein? Ja, wie war's denn? Ja, wie war's denn? Tschüss, Baba. Danke für den Speck noch, gell? Danke für den Speck. Wollt ihr schmecken? Ja, werde ich machen. Wahrscheinlich gleich Mittag einmal. Popeye, was ist? Na gut. Okay. Ja, tschüss. Man sieht sich sicher wieder. Dann macht ihr's gut. Viel Spaß noch. Du machst es besser. Ich mach's besser, ich schau mal. Ja, passt. Okay. Ja, okay. Ich stell mich ein drauf. Ja, leider. Jede schöne Zeit hat ein Ende. Und... Die werden noch ein bisschen länger bleiben. Aber ich würde schon mal... nach Hause gehen. Ja, in dem Sinn... melde ich mich... vorne noch einmal wieder. Ja, Freunde. Ich bin gleich wieder beim Auto. angelangt. Und... bedanke mich wieder fürs Mitlaufen. Fürs Zuschauen. wünsche euch noch einen schönen Tag. Eine schöne Woche. Und servus dem Maun. Und... vierte Echte Burma. Vierte Echte Burma. Ja. 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 Ja.